Hier ist Gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobbelt und unser Thema heute Kurviges. Ich bin ja eine kurvige Person. So könnte man das auch beschreiben. Und das ist eine kurvige Pflanze. Schauen Sie sich diese Kurven hier an. Wunderschön, wie das so geht. Wirklich eine sexy Pflanze. Das kann man vielleicht von mir nicht in jedem Fall behaupten. Eine sexy Pflanze, wunderschön, nur schon von ihrem Wuchs her und von daher auch ein riesen Zierwert im Winter. Es ist unsere Maulbeere Zickzack. Vielleicht ein bisschen der falsche Name. Zickzack tönt so ein bisschen zackig-deutsch, obwohl das ja kurvig-französisch sexy ist. Probieren Sie es aus in Ihrem Garten. Sie werden an dieser Pflanze schon im Winter aufgrund der Form Freude haben. Wenn Sie vielleicht auch an der eigenen Form manchmal keine haben.